Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2020. Mein Team hier bei Heisenberg Zockt. Ja und so selbstverständlich ist das gar nicht, dass es eine neue Folge gibt. Mein Lenkrad ging ja kaputt im letzten Stream, beziehungsweise es war schon kaputt, als ich anfangen wollte. Ja, jetzt ich habe ein neues altes, nämlich neu dahingehend, neues Modell, aber genau das gleiche wie das davor. Das heisst, ich muss mich nicht umgewöhnen. Ist ja auch schön. Jetzt wäre es noch cool, wenn es funktionieren würde. Ja, tut es bestens. So, dann können wir ja anfangen. Ja, dort steht noch Abu Dhabi, das stimmt natürlich in dem Sinne nicht, weil die Saison ist zu Ende. Es geht nach Australien, aber wir werden wahrscheinlich jetzt die Saison erstmal beenden müssen. Ich drücke mal und dann schauen wir mal, was passiert. Wir können wahrscheinlich jetzt sogar gucken wegen einem neuen, ja, wegen einem neuen Fahrer. Allerdings, ob da die Kohle reicht. 13 Millionen, 14. Wir gehen mal zum Fahrermarkt. Und schauen uns das mal an. 14, knapp 15 Millionen hätten wir. Okay, jetzt müssen wir aber aufpassen. Wertung 84. Also die Wertung von De Vries ist gar nicht so schlecht. Wenn man hier guckt, besser wäre da eigentlich kaum einer. Gibt es ja gar nicht. Äh, liegt es dann doch am Auto, dass der De Vries nicht so ganz in die Gänge kommt? Das ist ja ganz interessant, weil der wird ja in der Regel doch eher so 14er, 15er, 16er. Peres, 15 Millionen, das können wir uns gar nicht leisten. Ja, ist klar, hier die teuren. Das können wir noch vergessen. Ja, wobei, so weit weg davon sind wir jetzt auch nicht. Also er würde hier zum Beispiel gehen, Esteban Ocon. Der hat immer die besseren Resultate. Aber jetzt das ganze Geld verbraten. Für einen Fahrer. Ich weiss nicht, ich weiss nicht. Und sonst, wir können uns nicht verbessern. Also mit einem von denen hier, die sind schwächer im Prinzip, weil ich kann es nochmal zeigen. Unten steht es ja auch. Wo ist denn jetzt der Vries da oben? Der ist eigentlich tatsächlich relativ stark. Komischerweise ist er nicht sehr gut. Ja, der ist hier ein bisschen bei dem. Ja, das Problem ist halt, das verteilt sich natürlich auf verschiedene Faktoren, sehe ich gerade. Das kann sein, beim Rennen ist er stark und dafür ist er dann, ja, eh, dann lassen wir den. Dann würde ich aber sagen, wir müssten mit dem jetzt ja nochmal neu verhandeln. Ähm. Zurück zur Übersicht. Ich möchte mit Ihnen verhandeln. Wie mache ich das denn? Aha, dann müssen wir hier nochmal, zack, diesen hier. Fahrer wird kontaktiert. Äh, aber ich würde sagen, also viel mehr bieten wir nicht, als wir geboten haben. Hehe. Ja, wir bieten mal das gleiche, würde ich sagen. Ich glaube, ich nehme es an. Ja, ich würde es annehmen für 5 Millionen. Ich kann es nur nicht. Formel 1, also in der Realität schon mal gerade gar nicht. Ähm. Machen wir mal. Mal gucken. Na, was meinst du? Abgelehnt. Er möchte eine Lohnerhöhung. Okay, hat dein Angebot abgelehnt. Wenn die Verhandlungsphase noch läuft, kannst du am nächsten Tag ein besseres Angebot machen oder einen anderen Fahrer über den Fahrermarkt kontaktieren. Okay. Naja, es ist wie es ist. Dann müssen wir gucken, dass wir am nächsten Tag da was machen können. Ich möchte hier oben mal noch kurz gucken. Da haben wir nochmal Anpassung. Das ist aber wahrscheinlich wieder das Fahrzeug. Das hier ist eigentlich irrelevant. Beim Feebaum. Da können wir nichts machen. Okay, interessant. Aber dann ist es wie es ist. Wir gehen zur Übersicht. Und, ja, Moment. Ich muss bei den Aktivitäten hier noch kurz was machen, damit sie ein bisschen Krafttraining haben. Dann gehen wir zurück. Machen wir mal. Jetzt geht es noch einen Tag weiter. Irgendwann wird die Presse dich fragen, wen du als deinen Rivalen betrachtest. Auch noch. Überlege dir gut, wen du dir aussuchst. Denn du gewinnst nicht nur an Anerkennung, wenn du gewinnst, sondern wirst auch an Anerkennung einbüßen, wenn du verlierst. Eins nach dem anderen Jungs. Wir haben aber 5,1. Mal gucken, ob ihm das passt. Es sind immerhin 100.000 mehr. Das darf man auch nicht vergessen. Aha, für 100.000 mehr macht er es nochmal. Eine Saison. Okay, gut. Bitte anstrengen, Kollege. Wenn wir jetzt schon nochmal 100.000 mehr investieren. Gut. Was war noch? Den Rivalen aussuchen. Wenn ich jetzt mal auswendig wüsste. Hier, das läuft alles noch. Rangliste. Da, Rivalen. Okay, keine Rivalität. Ich würde gerne jemanden aussuchen. Geht das? Nein. Okay, dann haben wir keine Rivalität. Macht ja auch nichts. Ich fahre nicht, um den Rivalen zu besiegen, sondern um das Fahrzeug natürlich auch weiterzubringen. Ja. Mach mal. Saisonbeenden am 11. Dezember sieht man. Das dauert also noch ein Momentchen. Ja, ja. Presse machen wir. Ja, ist auch okay. Boah, ist das ein Stress hier. Ja, okay. Ja, machen wir mal sowas. Das ist ein bisschen diplomatischer als das andere. Wie wichtig ist diese Finanzspritze für Ihr Team? Sehr wichtig. Jawohl. Sehr wichtig. Ganz klar. Teurer Spaß, Formel 1. Den hier. Kann man in Bezug auf Team-Anordnung sagen, dass Ihre eigene Karriere Vorrang hat? Machen wir mal das so. Stimmt das so? Das ist eine gute Frage. Also das wird tatsächlich auch nicht nur für uns denken. Also wir denken schon an die Friese auch. Weil wenn er schlecht ist, schimpfen wir. Was möchte der Herr Pressemensch? Betrachten Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem zweiten Fahrer. Langfristig. Ja. Machen wir das wie Ergebnisse. Wenn die stimmen, brauchen wir keine anderen. Es hat mich sehr gefreut, dass wir hier sein durften. Mich auch. Dankeschön. Haben Sie das Logo gesehen da hinten? Wunderbar. Heißenberg-Zockt-Logo. So. Mal schauen. Ja, aber mit 9,75 Millionen können wir nichts machen. Wir sparen mal nochmal ein bisschen. Damit wir wirklich Geld haben, damit wir wirklich mal wieder was machen können bei den Einrichtungen etc. Wir könnten höchstens nochmal kurz zum Kollegen Fee. Aha. Ja, versuch das doch nochmal. Chassis. Reifenabnutzung. Heizdecken. Okay. Mach mal. Ja, sonst geht nichts mehr. Gut. Gehen wir zurück. Zack. Äh. Ne. Moment. Ich muss nochmal kurz. Jawohl. Genau. Dann hier eins zurück und weiter. Geht doch Spaß. Bis zum 11. Vielleicht sogar. Mal gucken. Pressetor. Wir hatten ein gravierendes Problem in der Herstellungskette. Das ganze Entwicklungspaket für dieses Wochenende ist fehlgeschlagen. Okay. Die Details kannst du dir auf den E-Bildschirm ansehen. Machen wir. Aber erst mal. Kollege Saison abgeschlossen, würde ich vorschlagen. Weil das rennt uns ja nicht davon. Teamanerkennung. Gut. Äh. Aber das Rivalendingen fehlt noch. Uh. Preisgeld. 20 Millionen. Fünfter Platz in der. Ui. Jetzt haben wir aber Geld. Okay. Jetzt können wir was machen. Das ist ja wunderbar. Das ist ja abgeschlossen. Okay. Hoho. Gut. Was machen wir denn? Da könnte man fast ein neues Auto kaufen. Ah. Schade, dass man das Geld halt nicht vorher bekommt. Es ist zwar schön, große Beträge auf dem Kontostand zu finden. Ja, ja. Aber wenn wir das Geld nicht investieren, haben wir nichts davon. Mach ich ja gleich. Lass uns ein bisschen was ausgeben. Natürlich. Ähm. Ja. Da hätten wir vorher. Hätten wir uns natürlich mit dem Geld. Hätten wir uns einen anderen Fahrer holen können. Aber da hatten wir das Geld natürlich noch nicht. Ah. Das ist ja irgendwie Bieter. Ähm. Ja. Das lassen wir so, würde ich sagen. Ja. Lassen wir. Auswählen. Äh. Weiter. Wie gehe ich weiter? Wie komme ich denn hier weiter? Come on. Äh. RB Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Ich würde gerne hier raus. Aha. Mit dem Teil hier. Mit dem Super Nintendo Lenkkreuz. Gut. Strecke auswählen. Ja. Wir machen alle Rennen nochmal. Ganz klar. Äh. Blitzqualify. Anführungsrunde. Renndistanz. Das ist alles gleich geblieben. Die KI lassen wir. Entschuldigung. Ich würde die 83% lassen. Hat er gesehen. Das passt eigentlich. Training. Qualify. Rennen. Änderungen bestätigen. Äh. Mit dem hier. Sauber. Hals decken. Und da sind wir schon im Februar. Und wir sehen am 12. den Grand Prix von Australien. Das ist wo wir hinwollen. Dann haben wir noch Nachrichten. Hoher Kontostand. Genau. Jetzt werden wir hier natürlich noch was machen. Äh. Erstmal nochmal kurz den Kollegen Feebaum. Jawohl. So was in der Art empfehlen. Schlug auch fehl. Die Kurbelwelle. Kurbelwelle zuerst. Vielleicht klappt es jetzt. Ja. Er hatte gesagt. Dass da alles in die Hose ging. Ähm. Einrichtungen. Jetzt. 45 Millionen. Ich würde mal gerne bei der Strapazierfähigkeit noch was machen. Äh. Drei Upgrades. Bauzeit. Fehlschlagungsrate. Das wäre mir wichtig für 9 Millionen. Machen wir. Diese Stimme. Ich brauche eine neue. Kann man sich hier eine neue Stimme bestellen? Das wäre mal noch was. Unsere Räder wackeln. Ist ja süß. Ja. Das ist natürlich die Strapazierfähigkeit. Die getestet wird. 12 Millionen Ressourcenpunkterzeugung. Bauzeit. Ja. Ne. Wir gehen erstmal gucken. Was wir sonst noch haben. Äh. Beim Triebwerk. Halt. Das war falsch. Jetzt. Beim Triebwerk. 10. 10. Ne. 12. 12. 12. Aber wir müssen hier halt schon nochmal noch was machen. Äh. Qualitätskontrolle. Fehlschlagungsrate von Upgrades. Da. Da hätten wir weniger Fehlschläge. Für 12 Millionen. Machen wir mal. Jetzt haben wir noch 24. Das heisst irgendwas können wir noch machen. Vielleicht bei der Aerodynamik. Maximal 2 Upgrades. Bauzeit. Fehlschlagrate von Upgrades. Ressourcenpunkterzeugung. Ähm. Machen wir die Qualitätskontrolle. Das sind nochmal 12. Ne. Dann machen wir was anderes. Wollen wir was für 5. 4 Herstellungen. So. Jetzt haben wir 19 Millionen. Und die behalten wir. Würde ich vorschlagen. Gut. Ähm. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? So. Dann lasst uns mal rechnen. Geht schon zum Wochenende. Ich hoffe es mal. Ich möchte langsam fahren. Ich mag das zwar so zwischendrin, die Sachen, aber... Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Okay. Autovorführung. Das nehmen wir uns natürlich noch mit. Die Zeit haben wir. Weil das ist eigentlich relativ cool gemacht. Und dauert nicht lange. Schönes Gerät würde ich sagen. Aber ich würde nicht glatt rumfahren. Und ich hoffe, dem Kollegen de Vries gefällt das Fahrzeug auch. Weil der muss ja auch damit fahren. Oder er darf. Das ist glaube ich schon eher ein Dürfen. Vor allem für den Betrag, den wir jetzt wieder hingeblättert haben. Jo. Ordentlich. 5,1 Millionen. So. Ähm. Ja. Let's go. Jetzt haben glaube ich die Sachen sogar geklappt. Gut. Ab zum Rennen. Ab nach Australien. Eine Strecke, die ich tatsächlich kenne mittlerweile. Da bin ich schon öfter unterwegs gewesen. Auch in der 19er Version. Aber die Frage ist natürlich immer auch, was haben wir für ein Setting? Was haben wir für Wetter? Das sind immer Faktoren, die das Ganze dann natürlich auch noch massiv beeinflussen. Wetter werden wir gleich sehen. Das ist jetzt aber echt nicht. Ich sehe Regen. Ja, ja. Ich sehe da allen Ernstes Regen und die Qualifies ist bewölkt. Oh, come on. Da. Arrg. Okay. Das allererste Rennen der neuen Saison gleich bei Regen. Na, halleluja. Äh. Ja, zumindest zu Beginn des Rennens. Ob das durchgehend noch regnerisch bleibt. Wir werden sehen. Aber das ist natürlich wieder schwierig. Und das Qualify bei bewölkten Sachen. Naja gut, das machen wir via Reifen das Ganze. Dass wir das, äh, angehen würde ich sagen. Also ab ins erste Training. Ist aber halt schon bitter. Also das erste Rennen. Und dann noch in Australien. Die haben da eigentlich auch immer besseres Wetter. Oder ist das ein Gerücht? Ich war da noch nie. Äh, okay. Haben wir jetzt beim ersten Training Regen? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Nein. Nein. Ich möchte, oder soll ich bei Regen trainieren? Ist eigentlich schon schlauer, wenn das Rennen bei Regen ist. Ja, klar. Äh. Gut. Setting. Ähm, nehm, nehm. Wir brauchen Autoeinstellung. Wir gucken mal wieder nach dem Arnie Setting. Ganz klar. Nein, wieder falscher Knopf. Das, wenn man. Äh. Nimmt mal irgendwie zwei, drei Tage keine Formel 1 auf. Und dann hat man wieder einen riesen Durcheinander mit den Knöpfen. So, den hier. Ähm. Und dann. Den hier. Und dann sind wir hier bei Steam. Und dann haben wir hier oben unsere vier zauberhaften Buchstaben. Ar-ni. Na. Nochmal kurz jetzt. Wir brauchen. Australien. Singapur. Lü-l-l-dü-dü-dü-m. Ungarn. Holland, Spanien. Ähm. Da, Australien. Arnie trocken. Ist okay. Arnie nass. In dem Sinn gibt es nicht. Er hat nur Trockensettings. Wie gesagt, ich nehme dieses Trockensetting. Vielleicht passt ich noch ein bisschen dran rum. Und werde dann aber versuchen, das Ganze eben via Reifen zu handeln. Aktualisieren. So, aktualisieren. Australien. Okay. Hambur. Ähm. Und ansonsten würde ich sagen, wir gehen mal ins Training und schauen. Wir gucken mal, wie sich das so anfühlt. Oder soll ich mal? Ich sollte eigentlich schon noch. Hier schnell gucken. 3,5. Ja. Ich lasse das mal. Wir werden es jetzt im Training sehen. Wenn das nicht klappt, dann werden wir mit den Flügeln noch ein bisschen was machen. Das nochmal ein bisschen ändern. Ja. Man sieht, es ist nass. Es ist patschnass. Kann ich? Jawohl, ich kann. Arnie hat eben auch noch geschrieben. Das habe ich im Stream gesagt. Ich soll doch ABS wieder nutzen. Aber eben, da ist halt das Problem. Das habe ich dann auch gesagt. Dass wenn ich ABS nutze, dass es wieder irgendwie die Bremse nicht richtig zieht. Das ist immer extrem schwierig. Und deswegen, ich bin froh, nutze ich jetzt kein ABS mehr. Weil wenn ich jetzt Bremse, bremst es. Und das hatte ich sogar in der 19er Version schon. Dass ich einfach immer Probleme hatte mit der Bremse. Ja, es fühlt sich nicht schlecht an. Also das kann man so machen. Zumindest bis jetzt. Muss natürlich viel früher bremsen wie normal. Das ist ganz klar. Sonst komme ich hier nicht vernünftig um die Kurve. Ja, das sieht man schon. Da möchte das Auto ausbrechen. Das möchte der Heise nicht. Ich sehe schon, wir werden wahrscheinlich im Qualify wieder eher weit hinten sein. Weil die anderen KI-Fahrer hier einfach wieder ohne Probleme durchkommen. Während wir halt tatsächlich, oh, ja. Während wir aufpassen müssen. Das können wir aber vielleicht im Rennen wieder korrigieren. Boah. Okay, rutsch, rutsch. Und jetzt hier die schwierige Kurve. Zumindest wenn man diese Strecke noch nicht allzu oft gefahren ist. Hier kann man halt auch ganz, ganz fürchterlich ins Rutschen kommen. Das habe ich sogar hingekriegt jetzt. Ich möchte aber tatsächlich mit dem Setting nicht mehr runter. Weil das haben wir auch in der letzten Saison gehabt. Dass ich beim Setting, also mit den Flügeln etc. Beziehungsweise, nee, das Setting nass gewählt habe. Also ein nasses Setting. Und da waren die Flügel dann so eingestellt, dass wir gar keine Chance hatten. Wir sind halbwegs gut durch den Regen durchgekommen. Aber mit welchem, zu welchem Preis? Also, weil das war ja überhaupt nichts. Ich weiß nicht, obwohl wir glaube ich sogar letzter. Obwohl wir nicht ausgeschieden sind. Und das ist natürlich nicht, was wir mit dem Team erreichen wollen. Das ist klar. So, ich mache mal nochmal eine Runde. Dann würde ich sagen, können wir uns aufs, äh, hoho. Dann können wir uns aufs Qualify konzentrieren. Ich muss hier aufpassen. Wow. Aber das ist halt eben, ganz klar. Das sind Regenrennen. Regenrennen. Das ist immer gleich, äh, dass man aufpassen muss. Das müsste schneller gehen hier. Ich bin überzeugt. Das, äh, geht mit Sicherheit schneller. Die Frage ist, wie bei dem Wetter. Es ist halt wie auf Seife tatsächlich. Okay. Da muss ich auch aufpassen. Man muss ja gucken, dass man tatsächlich nur Gas gibt, wenn man gerade auslenkt. Soweit man Gas gibt, wenn man in der Kurve drin ist, dann wird es, sagen wir mal, schwierig. Ja, okay. Die Kurve, die geht tatsächlich. Ich habe eher mit den anderen Sachen ein bisschen Mühe, mit anderen Kurven. Und wenn ich sie gut erwische, die Kurven, habe ich einfach das Gefühl, ich fahre extrem langsam. Und das ist natürlich etwas, was wir dann im Qualify zu spüren kriegen. Wenn ich hier einen kleinen Fehler mache, haben wir einen Dreher. Das merke ich auch. Aber wir sind, glaube ich, in der letzten Saison tatsächlich nie ausgeschieden. Nicht, dass wir das jetzt unbedingt heute beginnen müssen, das Ausscheiden. Wenn wir mit dem Ausscheiden anfangen müssten. Aber es wäre natürlich möglich. Bei dem Wetter, äh, sagen wir mal so, da liegt alles drin. Gut. Haben wir. Wir gehen ins Qualify. Zurück in die Garage, damit er nicht wieder Ehrenrunden dreht, hier, der gute Mann. Läuft alles. Jawohl. Lenkrad funktioniert. Es ist eine Pracht. So macht Spass. Gut. Also. Beenden. Äh. Beende die Session. Jawohl. Dankeschön. Und jetzt haben wir trockene Bedingungen im Qualify. Äh. Das heisst, wir werden einfach eben mit den Reifen, äh, anders. Andere Reifen aufziehen. Aber das Problem ist natürlich, äh, jetzt gewöhne ich mich wieder daran, so zu bremsen, dass das im Qualify Sinn macht. Und dann im Rennen ist es wieder ganz anders. Naja gut. Das, äh, da müssen wir durch. Es hilft nichts. Und wie gesagt, beim Rennen, äh, es sieht ja nicht so aus, als wäre, als wäre durchgehend Regen. Sondern tatsächlich, ähm, wahrscheinlich klart es dann mit der Zeit langsam wieder auf. So, das wird simuliert. So wie wir das immer machen. Und wie gesagt, das ist jetzt, äh, zumindest sehr wahrscheinlich die letzte Saison. Ich meine, das dauert jetzt noch Ewigkeiten, bis wir die durch haben. Das sind nochmal etwa 40 Tage, so wie die Videos kommen. Ähm. Und, äh, wenn es mich dann endgültig packt oder nochmal packt, dann können wir auch noch weitermachen. Aber ich denke, dann haben wir dann mein Team auch abgeschlossen mit drei Saisons. Wobei, das habe ich auch schon gesagt, also die Community-Rennen, die ziehe ich gerne weiter. Weil die liebe ich. Die finde ich jedes Mal extrem cool. Gut. Allora. Ähm. Weiter. Blitz-Qualifying. Genau. Kommt schon die Frau wieder? Ne, die kommt. Ja, manchmal kommt sie noch am Qualify. Wahrscheinlich fragt sie dann, ob wir einen Schirm dabei haben. Weil, weil wir so viel Regen erwarten. So, Nachrichten. Ja, da sieht man es nochmal. Rennen. Zu Beginn Regen und danach nur noch bewölkt. Gut. Äh, Fehbaum. Mach mal. Das ist in der Strapazierfähigkeit. Das ist sehr gut. Das heisst, alles hält ein bisschen länger. Äh, wollte ich gar nicht. Ich wollte hier oben. Ja, alles im grünen Bereich wäre komisch gewesen, wenn es nicht so wäre. Bestens. Gut. Ähm, dann können wir hier wieder zurück. Und gehen ins Qualify. Äh, nochmal kontrollieren wegen Setting. Das war auf 3 und 5. Ich würde sagen, ein mutiges Setting fast schon. Wenn es regnet. Aber eben das Setting ist natürlich auch nicht für Regen gemacht, muss man sagen. Sondern eigentlich fürs Trockene. Aber man kann, denke ich, je nach Setting, wirklich auch einfach mit den Reifen auf das Wetter antworten. Gute. Dann schauen wir mal nochmal schnell rein. Äh, gehe zur Strecke möchte ich noch nicht. Ich möchte, äh, zack, hier den. Und dann, zack, den. Und dann, den. 3,5. Ja, passt. Ja gut. Dann würde ich sagen, dann drücken wir uns mal die Daumen. So, dann heisst es volle Pulle. Mal gucken, was ich hier hinkriege. Ich kann natürlich jetzt wieder viel aggressiver fahren wie vorher. Das ist ganz klar. Wenn es hier trocken ist. Aha, der Kollege ist schon vor uns. Aber auch hier geht natürlich. Wir müssen nicht die Pole Position haben. Wir müssen einfach gucken, dass wir hier ein vernünftiges Rennen hinkriegen. Beziehungsweise ein vernünftiges Qualify. Das Rennen kommt dann definitiv erst danach. Oh, der hängt mich hier aber schon wieder ab. Ich bin, glaube ich, tatsächlich immer noch ein bisschen im Regenmodus. Ja, auf der 15 wären wir. Das würde mir natürlich jetzt gar nicht gefallen. Nicht bei Regen. Das ist doch eher dann nicht so ideal. Mit der ganzen Gischt im Gesicht. Aber jetzt mal nicht da oben gucken. Ich muss mich jetzt aufs Qualify konzentrieren. Uff, okay. Eieiei. Ja, im Regen geht es. Oh, wie schlecht war das denn jetzt? Das ist genau das, was man dort eben haben kann in der Kurve, wenn man es falsch macht. Und wie ihr gerade gesehen habt, habe ich es falsch gemacht. Und das kriegt man dann relativ deutlich zu spüren. 19. Uff. Uff. Ja, das wird ein lustiges Rennen. Uff. Okay, gut. Das ist das erste Rennen der Saison. Da muss man nicht gleich gewinnen. Schön wäre es, wenn man es würde, aber... Wahrscheinlich ist jetzt Devries wieder vor uns, nehme ich an. Also es würde mich wundern, wenn nicht... Na, sieh, 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 hallo, wo hast du denn hingeguckt? Aha, jetzt können wir es hier auswählen. Versuchen wir es mal mit Science. Da haben wir eine geringe Schwierigkeit, weil sonst haben wir wahrscheinlich eh keine Chance. Vor allem nicht, wenn wir jetzt in Australien so anfangen, wie es jetzt gerade aussieht. Oder hat es andere Gründe? Er war stärker, okay. Ähm. Ja, machen wir das so. Klasse, das war dann alles. Ja, klasse. Ich denke, das war jetzt eigentlich für Devries positiv, weil er geackert hat. Äh, und die Strapazier... Äh, die Strapazier... Doch, die Strapazierfähigkeit des Autos halt ein bisschen geprüft hat, während wir ein bisschen weniger gemacht haben. Wir haben das Auto geschont. Ist ja auch unseres, ist unser Team, wir müssen es zahlen. Hehe, da können wir es auch ein bisschen schonen. Nein, war einfach nicht gut gefahren halt. Ganz klar. Ich hoffe, ich kriege es jetzt im Rennen besser hin, aber hm. Mal gucken. Ja, naja, Pech. Ich würde sagen, das war Unvermögen. Jetzt wird es natürlich wieder interessant in Sachen Reifen. Ganz klar. Ja, was machen wir? Ja, starten wir ja nur mit Grün, hoffe ich. Äh, nehme ich mal stark an. Na, wir werden dann relativ schnell, wenn es trocken wird, natürlich wieder auf etwas anderes umsteigen. Die Zeit für Tests und Training ist vorbei. Jetzt wird es ernst. Das heißt, alles oder nichts hier im Orbit Park, der Heimat des großen Preises von Australien seit 1996 und auch dieses Jahr Austragungsort von Runde 1 der Formel 1 Weltmeisterschaft. Wir sind beim heutigen Rennen auf dem Orbit Park Circuit nur einen Katzensprung von der Port Phillip Bay entfernt. Die Oberfläche ist hügelig und die 16 Kurven könnten vor allem bei Regen ernsthafte Herausforderungen darstellen. Es wird mich nicht wundern, wenn wir heute noch ein Safety Car auf der Strecke sehen. Bei Regen, okay. Der Kampf und der Wasserfahrt beginnt von neuem und diesmal im Regen. Die Teams haben natürlich kaum Testfahrten bei solchen Wetterbedingungen gemacht. Das heißt, unsere Erwartungen für diesen Grand Prix könnten total auf den Kopf gestellt werden. Oh, Raku, unser ehemaliger Teamkollege. Du hast absolut recht, Heiko. Wenn man ein Autorennen durcheinander bringen will, geht doch nichts über ein bisschen Wasser auf der Strecke. Der Schlüssel für die Folge ist heute, die Reifen auf eine gute Temperatur zu bringen und zur richtigen Zeit die richtige Reifenmischung zu haben. Okay. Ja, wollen wir doch mal noch schauen, wo die Fries ist. Das wäre schon auch noch wichtig. Die 5,1 Millionen, wo starten sie? Und Walter Bottas macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Ja, hier ist er noch nicht. Ich hätte mich auch gewundert. Sebastian Vettel und Riccardo. Quert, Norris, Leclerc und Carlos Sainz-Perez, Ocon, Lance Strong und Lassie, Magnus, De Fries, Antoinette, Antoinette und George Russell. Ja. Okay, auf der 16. Aber eben bei den Skills, die De Fries hat. So, das sind wir am Rennen. Kleinen Schnitt gemacht. Ja, aber es sieht nicht besser aus. Ich dachte vielleicht, wenn ich einen Schnitt mache, das ist dann das Wetter. Aber nein. Es ist immer noch regnerisch. Gut. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir hier halt lebend rauskommen. Ich sage es immer wieder, wenn es regnet. Ja, ich komme hier eigentlich schon wieder relativ gut weg. Allerdings, hier vorne kommt die Kurve. Da muss ich natürlich aufpassen. Ja, auf unsere Flügel, ganz klar. Okay, wir wären auf der 16. Das würde mir eigentlich schon mal gefallen. Oh, okay. Ja, das war jetzt das, was ich meinte mit ABS. Mit ABS wäre ich hier einfach voll hinten reingekachelt. Zum Glück konnte ich noch bremsen. Und ich glaube, es ging nichts kaputt. Nein. Glück gehabt. Wir haben rote Reifen. Okay. Boah. Ich dachte, aber es regnet doch. Äh, die haben aber alle irgendwie rote Reifen. Ja, dann hat das schon so eine Richtigkeit. Aber bei Regen mit roten Reifen. Na gut, es regnet nicht wirklich. Es nieselt eher. Und es ist ja wieder bremsen wie ein Irrer. Und ich komme wieder ins Rutschen. So, ich bremse wieder. Man hört es wahrscheinlich. Ich komme hier zu nah ran. Und das war eigentlich abgekürzt. Aber solange die Rennleitung nichts sagt, ist es okay. Bis zum nächsten Mal.